Hier wird ihm beste Unterhaltung geboten. Das stimmt. Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Ich heiße dich. Ganz genau dich und deinem alten Team, nicht am Ruhm, dein Empfangs geht. Herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 31, Green Hell. So, die letzte Folge hat uns klug werden lassen. Also, sie, die, die Green Hellmacher haben es sehr wahrscheinlich gefixt. Also ich habe jetzt noch dreimal versucht, da runter zu kommen am Elevator. Keine Chance. Im anderen Sinne hat sie uns auch klug gemacht. In dem Sinne, dass, auch wenn ich Eisen aufnehme, aufgrund der Eisenerze, schalte ich noch keine, ähm, Eisenrezepte frei. Bedeutet für mich, ich kümmere mich jetzt um die letzte Neuerung, die rausgekommen ist. Nämlich, um, ähm, Lehm. Ich würde sehr gerne wissen, was es mit dem Lehm auf sich hat. Weil die gute Segel, die ich, glaube ich, jetzt mittlerweile in jeder Folge irgendwie erwähne, ähm, hat mir ja gesagt, dass, wenn man den Lehm aufnimmt, dann, äh, schalte man viele neue Rezepte frei. Also auch zum Häuserbau und sowas. Ja, und daran würde ich mich jetzt mal auslassen. Ich würde langsam dabei Richtung... Ach, Egel. Oh, bitte, bitte, bitte. Ha, ha, ha. Ähm. Egel loswerden. Langsam dabei versuchen, Richtung Drogenlabor zurückzustoßen. Und ich verdurste. Was tue ich dagegen? Einen dicken Schluck aus meinem Vidorn nehmen. Gut, ist jetzt nicht mehr viel drin, aber, äh, wir haben alles richtig gemacht. Boah. Was höre ich denn hier, Mensch? Ich habe meine Laune. Da kriege ich aber eine Laune. Gut, ich hätte nur ein paar Meter weiter der Laune müssen, da hätte ich ja schon längst. Hier, die Manarinen unterscheidlich gefunden. Ah, verdammt. Hätte ich gar nicht so viel süppeln müssen. Aus meinem... Uten, wie da? Wie da? Wie da? Hm, wie da? Ja, ich laufe jetzt ein bisschen, äh, wieder nach Gefühl, ne? Hm. Und wir wissen ja, wo das hinführt in, äh, nichts gut. Gut, okay. Der Weg könnte halbwegs gut sein. Doch, der ist gut. Und, ja, ich sehe das jetzt einfach... Nein, das sage ich jetzt nicht. Das hat mich... Wenn ich jetzt sagen würde, ähm, das sieht doch alles gut aus, oder, ähm, ich versuche das alles positiv zu sehen, dann wissen wir ja schon aus den vorangegangenen Folgen, dann wird irgendwas Schlimmes passieren. Deshalb sage ich das jetzt einfach mal nicht. Man lernt doch dazu. Man lernt doch dazu, Spiel. So, ich will den, genau den Speer will ich in der Hand haben. Bei dem, den Speer werfe ich im Notfall. In anderen würde ich ungern werfen. So, jetzt bin ich von der Horizontalen quasi schon auf der richtigen, Fährte. Müsste ich eigentlich nur noch straight Richtung Süden. So, die Frage ist jetzt, warte mal. Ich bin Lehm. Ah, okay. Ah, aha, ah, aha. Ja, wie geil. Kann mich einfach so waschen. Kann Lehm nehmen. Ja, wie geil. Was ist, wenn ich das jetzt ablegen? Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Wenn du Lehm nimmst und dann wieder auf den lehmigen Boden schmeißt, bleibt er ja gar nicht... ...erhalten. Okay. Warte mal. Lehmdach. Gut, ich bräuchte jetzt vielleicht irgendwas. Sinnige. Eine Lagerkiste. Ah, okay, warte mal. Die Lehmlagerkiste, die wäre wahrscheinlich... Ach, nein. Okay, das hier. Stock, Holzscheit. Dann kann ich Lehm einfach da reinschmeißen. Ey, warte mal. Wie nice ist das denn jetzt gerade? Lehmkaminwand. Kann es das sein, dass ich damit irgendwie... ...ähm... ...Eisen schmelze? Was haben wir hier? Lehmkohleofen. Lehm Schmiede. Uh, 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 ja, dann hab ich doch jetzt... ...äh, was haben wir hier noch Neues? Eine Lehmdusche. Ein Lehmwasserfilter. Alcaramba, wie... ...geil ist das denn, bitteschön. Weil das ist doch... ...richtig, richtig gut. Vor allen Dingen der Wasserfilter, der hat ja direkt ein Auffangbecken. Auffangbecken. Oh, ho, ho, ho. Ich werde versuchen, zur... ...zur Drogenhöhle... ...zurückzukommen. Ich muss mir mein Zellchen angucken. 28 S bedeutet ja... ...ja, ich muss straight Richtung... ...nein, Jack. Mellenschenskinders. Oh, Jack. Jack, Jack, Jack. Und wer... ...oder in der Hoffnung, dass wenn ich... ...zum Drogencamp zurückkomme... ...da ist ja auch so ein kleines Wasserloch... ...dass ich da auch... ...Lehm abbauen kann. Nennen wir es mal so, ne? Abbauen. Das geht gar nicht, oder wat? Okay. Dann ist dieses Werk... Oh, okay, ey. Das ist gar nicht gut. Oh, man. Einfach mal essen. Einfach mal essen. Dann ist die Spitzhacke... ...gut Bäume... ...er hat... ...er... 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 ...oder... ...andere... ...anderem Speer. Wo habe ich den denn jetzt gehört? Ich weiß gar nicht, in welche Richtung der... ...lark. Ich habe das Gefühl, wenn ich... ...jetzt so laufe, komme ich da wieder zum Dings. Zum... ...zum Dock. Bedeutet, ich glaube gerade, so laufen zu müssen. Gefühlt ist das schon ewig, 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 ewig... ...und drei Tage her... ...dass ich hier lang gewatscht bin. Doch, das muss aber der richtige... ...dumme Sau, ey. Ja, perfekt. Ein Knochen schwer her. Da sage ich nichts zu. Da sage ich nichts zu. Ich hätte jetzt alles machen können in dem Moment. Ich hätte... ...vorwärts in die Reihen laufen können. Ich hätte rückwärts von der Weg laufen können. Ich hätte links oder rechts ausweichen können. Die hätte mich immer getroffen. Das schwöre ich euch. Die hätte mich einfach immer getroffen. Gut. Wie wäre es denn, wenn ich das jetzt mal versuche zu behandeln, weil ich noch einen Funkierenverband habe? Oder mehr als einen sogar? Tabakverband. Ja, na, meinetwegen Tabakverband. Ist mir doch egal, ey. Mir doch völlig egal. Die Schlangen, ne? Echt, ey. Diese Schlangen. Was war da? Was habe ich mir? 48W? 50W hatte ich mir aufgeschrieben. Ach du Schande. Ist mir egal. Das schaffen wir schon. Irgendwie schaffen wir das, hä? So. 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 Ja. Gefällt mir schon mal exzellent. Gefällt mir hier gerade wirklich alles exzellent. Na, ich bin drüber, Jack. Nicht einfach auf der Stelle stehen, da drüber. Du bist nämlich kurz davor kaputt zu gehen, mein guter. Mal wieder. Im Idealfall laufe ich jetzt gleich noch in so ein... Ihr gebt mir keine Energie, ne? Doch, plus zwei Energie, ja dann. In den Hals damit. Mein guter, in den Hals. Direkt in den Hals damit. Ach, Spiel. Ach, Ruckeln. Jetzt auch noch Ruckeln-Spiel, ja. Gut. Okay, ihr gebt mir nur Kohlenhydrate. Das ist nicht so wichtig. Bedeutet. Alter. Was ist das denn jetzt mit dem Geruckel? Es kommt mal wieder... Oh, ja. Alter. Boah, ist das fies, ey. Was hab ich denn jetzt noch? Irgendein Egel oder so. Was hab ich mir wieder eingefangen? Ja, muss jetzt nur noch ein Jaguar um die Ecke kommen. Mit zwei Jabberwackers bewaffnet. So, klar. Sicher doch. Na, sicher doch. Oh, diese Geräusche, äh, Geräusche, Lies. Niam. Das ist meine Energie. Niam. Hör auf zu schnaufen, du Schwein, du. Ja, hab ich gesagt. Schwein. Ich kann noch nicht an Federn vorbei. Ich probier mal. Entweder ich kann die jetzt mitnehmen. Nein. Gut. Kann ich alles mitnehmen, außer die Federn, die ich möchte. So. Oh Gott. Hä, warum passen die denn nicht nach da unten? Dann, mach doch doch so. Möchte ich die jetzt mitnehmen? Ja, perfekto, perfekto. Aber wir haben Zeit. Sieht zwar jetzt nur so aus, als würden wir gleich umkippen. Aber wir haben Zeit. Okay. Liebes Drogencamp. Bist du vielleicht schon da vorne? Ey. Ich will mir jetzt noch die Haxen brechen. Das wäre super. Und am besten kippe ich jetzt gleich hier im Wasser um. Oh, Hammer. Ey, gib mal die Nus her. Ach, Jack, komm. Ganz ruhig. Weißt du, Motch? Is mal mein Guter. Is mal mein Guter. Und wenn du das jetzt isst? Ja, süße. Na, esse ich halt das ganze Fleisch leer. Ach, ich war schon ewig um drei Tage nicht mehr hier. Es ist fast schon gut, aber... Ach, weißt du was? Hab ich ne... Hab ich ne Dingsnadel? Knochennadel. Jo. Perfekte. Wisst du was? Dann legen wir uns jetzt hier einfach schlafen. Einfach auf den Boden. Ich will das doofe... Fieber loswerden. Ja, ich weiß. Ich hab einen Ohren. Wow. Nein, nicht den Stein benutzen. Knochennadel. Komm, greif sie dir. Ah, okay. Hat er gemacht. Okay. Ich guck mich nochmal hier um, ob ich mir Egel auch noch zusätzlich einen gegammelt habe. Und sonst müsste ich sehr wahrscheinlich jetzt irgendeinen Verband drauflegen, ne? Oder? Ja, ich heil mich gerade. Sag mal, verstehst du das nicht? Ich heil mich gerade. Ja. Mann, ey. Alter, keine Aufdauer. Meine Fresse. Alter. Nein. Ah, unfair. Nein. Würde ich nie zu dem Spiel sagen. Unfair. Nein. Ach. Überhaupt nicht. Nee. Gar nicht. Bin ich der Letzte, der das sagen würde? Ja, hab ich jetzt irgendwo eine Wunde? Nee, ne? Gut. Okay. Warum gehe ich jetzt immer weiter kaputt? Ich hab keinen Blutverlust. Ich verdurste. Stell hier hin. Das hat echt, ja. Gut, dass du aufhörst, Regen. Wollte schon sagen, ey. Regen, bleib mir bitte nicht an. Jetzt gerade, wo ich hier verdurste, ja? Bitte nicht. Das hätte mich auch sonst zu sehr vom Spiel enttäuscht, wenn ich jetzt wirklich mich auf den Regen hätte verlassen können. Wirklich. Das hätte mich richtig enttäuscht. Hätte ich das Spiel ausgemacht. Orientierung, Orientierung, ey. Es müsste eigentlich in die Richtung sein. Ist natürlich gut, dass es jetzt dunkel wird. Boah, Alter. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Schwein ist oder ob... Boah, jetzt wird's mega dunkel. Ach, da oben ist es. Oh. Oh. Wo ist ein Ameisenhaufen? Ich muss jetzt noch irgendwo wieder reinlaufen, ne? Ich wäre sehr dankbar, wenn jetzt hier noch ein Ameisenhaufen wäre. Oder eventuell eine hochhausgroße Schlange, die mich beißt. Weil das ist jetzt zu einfach, wie ich hier ankomme. Das ist also wirklich, das ist mir zu einfach. Wirklich, da haben sie es mir jetzt aber so leicht gemacht. Unglaublich. Spiel, also wirklich. Nee, so einfach. Tja. Hallo, ich möchte hier ankommen und gerne sofort die, äh... Tötungsfalle... Boah, diese Geräusche. Hau ab, du Schwein, ey. Tötungsfalle scharf machen. Meine Herren. So. Ging wohl zurück, ne? Ja. Mhm, ja. Ja. Die Kacke ist genau hier in dem Gebiet. Ja, einfach zerstören. Ist mir egal, einfach zerstören. Das kannst du auch noch zerstören, das Pilzgen. Ja? Das Pilzgen kannst du auch noch zerstören. Aber das Gute ist, wir haben hier Geöhtierpanzer. Stimmt. Erstmal, erstmal speichern. Erstmal einfach nur speichern. Ja, ich will mich nicht bereichern, ich will nur speichern. Trinken. Gut. Oh, das ist noch nicht verdorben. Ernsthaft? Er hat noch einen Tag. Ja, alter, wie exzellent ist das denn, bitteschön. Aber die anderen müssten verdorben sein. Das hat mir hier nur so lange gehalten, weil es immer wieder geregnet hat. Und das, was ich hier reingepackt habe, müsste eigentlich alles verdorben sein. Oder? Ja. Ah, dann kann ich auch mal sammeln. Nee, aber das mache ich nicht öfter. Dafür bin ich hier jetzt nicht so auf. Wie lange hältst du denn noch? Und reinpacken. Zerstören. Ja. Wir sind wieder zurück. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Ich will, ich will es, ich, jetzt will ich es aber positiv sehen. Spiel. Schrei mich nicht an. Die Ferkel. Schrei. Nein, nicht anschreien. Danke. Hältst auch noch einen Tag. Ja, super, alter. Dann war unser Ausflug doch gar nicht so mega lange. Komm, das kannst du doch schon mal wieder draufpacken, ne? Besser als gar nichts hier zu haben. Ich weiß, hier in der Gegend fehlt es mir so ein bisschen an, ähm, an Kohlenhydraten. Ja, mit dem Regen wird jetzt auch schon immer weniger, ne? So, esse ich mal. Da esse ich auch mal. Das vergammelt mir sonst eh im Inventar. Die halt, na, warte, warte mal. Wo war denn die 14 Stunden Nuss? Da. Essen. Ein Tag, 14 Stunden. Hm, alter, 14 Stunden. Das ist nicht gut. Ich mag's nicht, wenn du mich anschreist. So. Gesellen wir uns hier ins Bettchen. Hier kann ich mir auch wieder mal einfangen, ne? Brauche unbedingt wieder eine Knochennadel. Brauche unbedingt wieder eine Knochennadel. Ich muss eigentlich jetzt bald wieder darauf achten, dass ich mir genügend Funkchen verwende und so herstelle. Was fehlt denn jetzt? Mal trinken. Das hätte man ja schon fast vermuten können, ne? Trink, mein Gott, trink. Nicht. Du darfst trinken. Ja, sehr gut, mein Gott. So, ich speichere jetzt nochmal ab. Yo, perfekt ist, dass ich abspeichere. Wenn ich sehe, dass ich Egel habe. Perfekt, du. Ah, untersuch dich mal. Noch mehr? Ja, sicher doch. Ja, sicher doch. So. Der Tag dürfte anbrechen. Wisst ihr, was noch anbrechen dürfte? Keine Ahnung, ich weiß es selbst nicht. Die Axt. Die Axt darf anbrechen. Fragen sie mich nicht. Keine Ahnung. Wie war das jetzt nochmal? Die Axt. Das Rezept der Axt hat sich ja irgendwann geändert, ne? War das ein oder zwei Steine? Na. Erstellen. Ich glaube, es waren zwei. Zwei unbehandelte Steine. Sehr gut. Oh nein. Wo war hier nochmal der gute Ameisenhaufen? Oh nein. Wo war hier nochmal der Ameisenhaufen? Ah! Ich weiß, wo der ist. Ja, ich weiß, wo er ist. Ja, renn doch. Ist eh nicht gespannt. Okay. Ja. Kann ich nicht mitnehmen? Ja, ist dem so. Kann ich nie mitnehmen. Hey, aber echt. Man muss es ja bei Leibe positiv sehen. Wir sind wieder hier zurück. Da, wo wir Gürtel, Tierpanzer und so finden. Bedeutet, zur nächsten Folge hin können wir mal wirklich uns komplett wieder ausrüsten. Jetzt, wenn ich schon... Oh, 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 oh. Okay. Gut. Ich finde hier leben. Die Ruckler werden hier schon wieder mehr. Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Ich check's einfach nicht. Lief doch, als wir auf dem Anaconda-Camp-Gebiet waren. Das lief doch so gut, ey. Holzschalt. Okay. Nein, das ergibt aber auch keinen Sinn, dass ich... Dass ich da hinten irgendwo dieses Lehmzeug mache. Ich sollte das doch wenden, die Nähe. Bauen, wo ich, wie ich den Lehm herankärchere. Ist das ein ekelhaftes Geräusch, Alter? Ist das eine Maus? Bah! Hören Sie mir auf. Ähm. Da. Ja, perfekt. Genau hier. Perfekt. Stock. 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 Und kein Stock mehr. Oh, Spiel. Woher kommt das denn jetzt mit den Rucklern? Ist doch blöd. Das ist doch blöd, Spiel. Mensch, ein Kinders. Habe ich dich so erzogen, Spiel? Boah, da sehe ich dich. Fängst dir sofort eine, du blöde Kuh. Ha! Das Bienennest ignoriere ich. Ja, da habe ich natürlich gesehen. Habe ich sofort gesehen, das Bienennest. Bin ich nicht fast wieder reingerannt. So, jetzt gibt mir doch irgendeinen Baum, den ich hier abpacken kann. Nein, kein Bambusbaum. Baum. Baum. Ein Baum, ein Baum und noch ein Baum. Ein ganzer Wald, man glaubt es kaum. Hack, Junge, Hack. Hack, der Hack. Perfekt. Perfekt. Njam, njam, njam. Ich frage mich, ob... Das Ding, was ich da jetzt bauen möchte. Ob das wirklich... Ich glaube es jetzt einfach mal. Ich gehe davon aus, dass es wirklich dazu genutzt wird, um den Lehm aufzufangen. Da, 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 da. Sag mal, wo ist der Ameisenhaufen eigentlich hin? Wie viele Holzscheide brauche ich da? Kann ich demontieren? Ah. Vier Stück. Ja gut, vier Stück ist... Das waren doch die letzten Folgen nicht so. Das demotiviert einfach schon wieder mit den Rucklern. Ist das jetzt so, weil ich hier wieder in dieses Gebiet gekommen bin? Ist doch kacke, ey. Guckt euch das an. Da drucke ich dann eine ganze Sekunde, ey. Da habe ich eine ganze Sekunde ein Standbild. Die Kacke ist doch einfach... Ja, schau es dir doch an, ey. Das ist einfach nicht... Also wenn das an der Hardware liegt, ne, dann brauchst du, um dieses Spiel gut zu spielen, wirklich ein 4000 Euro PC. Weil alles da drunter habe ich. Das ist echt so nervig, ne. Kann doch nicht wahr sein. Ja, komm, hack. Hack, den Knall, ey. Gut, schüttelt. Komm. Da bin ich aber jetzt mega gespannt drauf, ey. Warum fängst du hier nix? Tötungsmaschine. Ich brauche noch Göteltiere. Ich brauche noch Göteltiere. Oui, oui. Oh nein, ich brauche doch viel mehr, ne. Natürlich. Ich meine, es war ja zu vermuten, dass man insgesamt acht Holzscheide braucht. Aber dann hat das Spiel erstmal so schön einfach nur vier angezeigt. Ja. Bin ich selbst schuld, dass ich dir das geglaubt habe, Spiel. Ja, nur unterbrochen durch ein paar Ruckler. Gut. Boah. Komm, Junge, hack. Hack, der Hack. Duck, 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 duck. Oho. Aha. Auch schon wieder, ich sag mal, nur zwei Holzscheide. Genau. An die Tötungsfalle packen. Sehr gut. Gut, dann kann ich mir nämlich merken, wo das liegt. Ja, komm. Ja, komm. Aufnehmen. Aber ich kann nur drei gleichzeitig tragen, ne. Glaub ich. Drei Holzscheide. Die Ruckler, ne. Das ist genauso wie, als ich dann das letzte Mal dann den Spielstand abgebrochen habe und einen neuen angefangen habe. Weil diese Ruckler so plötzlich auf einmal so extrem kamen. Als ich es dann neu gestartet habe, da hatten wir das ja jetzt bis jetzt schon wieder nicht. Ich verstehe es einfach nicht, Spiel. Ich verstehe es nicht. Spiel! So irrisch mich. Immer wieder schickst du mir neue Absorgen der Ungenugtuung. Gib her. Gib her. Den Holzscheide. Ja. Die Drehung war zu schnell. Da hat mich das Spiel wieder direkt bestraft mit einem Guckler. Boah. Ich muss damit mal aufhören. Aber das ist doch auch nervig. Mann. Mal gucken, was ich jetzt noch brauche. Ich denke mal, 70.000 lange Stöcker. Okay. Lehm nehmen. Was ist ein Reim in sich? Lehm nehmen. Lehm nehmen. Sag nicht, damit kann ich immer nur zwei Lehm. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Asche. Lagerfeuer. Ich habe noch nicht mal eine Lagerfeuertasche. Oder heißt das immer, ist das schon immer nur Lagerfeuerasche? Und ich habe immer nur Lagerfeuertasche gelesen? Ich weiß es doch auch nicht. Fohlen ist. Die Frage ist jetzt... Oh, wir waschen uns mal. Wir waschen uns mal. Cool. Wo ist denn jetzt dein Problem? Was fehlt dir denn jetzt schon wieder, Jack? Immer noch trinken. Oh, du bist mir auch ein alter Pflaumen, August. Ey. Die Frage ist, ist das jetzt komplett nutzlos? Ohne die Lagerfeuerasche? Warum gucke ich hier? Da will ich gerade gar nicht gucken. Wahrscheinlich ja, ne? Die Frage ist natürlich jetzt auch aus dem Lehm. Könnten wir da... Warte mal. Dafür brauchen wir Lehmziegelsteine. Und hier brauchen wir auch Lehmziegelsteine. Und hier brauchen wir... Lehmschmiede. Also ich würde ja jetzt vermuten, dass wir aus irgendwas davon... Also aus irgendeinem dieser beiden Öfen... Dass wir damit erst Lehmziegelsteine herstellen können. Aber das ist ja dann quasi ein Paradoxon in sich. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Wenn ich entweder eine Schmiede brauche oder einen Ofen, um die Ziegelsteine überhaupt herzustellen, können die nicht Grundressource dafür sein, um dann halt, ne? Diese Schmiede oder den Ofen überhaupt erst zu machen, um es dann zu schmelzen zu einem Ziegelstein. Gar kein Plan. Gar kein Plan. Ja, beschäftigen wir uns aber auch jetzt nicht mehr damit. So, wie lange haben wir denn jetzt? Ja. Ja, hör auf mich an zu schreien. Haben wir... Boah, fast schon wieder in den Ameisen gelaufen. Beschäftigen wir uns auch jetzt nicht mehr damit. Machen wir in der nächsten Folge. Vielleicht mache ich es auch in der Zwischenzeit. Ich weiß es nicht. Allerdings werde ich das Spiel... Habe mich nicht an. Das Spiel erstmal jetzt pausieren, weil die letzten vier Folgen habe ich alle in dieser Session hier aufgenommen. Und da mal schauen. Vielleicht ist es beim nächsten Mal ja schon wieder ein bisschen besser mit den Rücklern. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen natürlich für die ungeteilte Aufmerksamkeit. Mein Name ist Taibor und ich bin verflucht. Noch eins. Raus aus dieser Nummer. Ciao. Ja, ich weiß, ihr wollt mehr von diesem Taibo. Blick in die Mitte. Und ihr kriegt mehr von diesem Taibo. Denn halt den Namen Taibo. Und halt den Geist. Ja. 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 Vielen Dank.